So, und jetzt kommen wir zu meinem ersten Vortrag, wie dein Immobilienunternehmen auf Autopilot eben läuft. Genau das möchte ich euch jetzt hier in diesem Beitrag näher bringen, weil das ist so eines meiner Leidenschaftsthemen, Vertrieb und Marketing. Letztendlich geht es in einem Betrieb immer erst um was? Um Umsatz und um das Geschäftsmodell. Und da würde ich jetzt mitschreiben, weil das ist dann so, wo ihr vielleicht mal euch hinterfragen sollt, macht ihr gerade auch das Richtige? Eine kleine Anekdote, ich hatte vor acht Wochen zwei junge Menschen bei mir im Büro, wenn man bei mir Geschäftsführerträder hat, dann hat man so ein Onboarding und dann analysieren wir so anderthalb Stunden wirklich den kompletten Laden und zerlegen den auch. Zerlegen nicht negativ, sondern wirklich ich hinterfrage sehr viel. Die sind beide noch beschäftigt und machen Kurzzeitbettenvermietung, haben schon über 100 Betten in der Kurzzeitvermietung, aber verdienen kein Geld damit. Dann habe ich gesagt, naja, da wirst du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Energie reinsetzen müssen, um Geld zu verdienen, aber mach doch zum Beispiel Immobilienhandel als erste strategische Ausrichtung, dann kannst du auch dein Leben finanzieren, kommst aus deinem Arbeitsleben raus, was sie wollten und fängst dann an mit strategischem Bestandsaufbau in der Kurzzeitbettenvermietung. Und das ist die Grundlage von allem, ist der Umsatz. Also das heißt, wir müssen unser Geschäftsmodell hinterfragen in dem Ganzen, wo wir eben tätig sind. Und ich möchte das Ganze mal so beginnen, wie ist denn eigentlich die aktuelle Lage am Markt? Der Raphael hat dazu etwas erzählt und so schlimm wie es alle sagen, finde ich sie persönlich nicht. Ich finde sie sehr spannend, ich finde sie sehr herausfordernd, man muss Lösungen suchen. Aber ich habe es vorhin gesagt, wir haben alle die gleichen Probleme, egal ob groß oder klein. Und wir haben alle einen ganz, ganz großen Vorteil gegenüber den großen, weil ein Gebiet zu verteidigen ist schwieriger als ein Gebiet zu erobern. Und das heißt für uns alle ist momentan die größte Chance am Markt, neue Marktanteile zu bekommen. Und die aktuelle Lage am Markt, Corona ist in meinen Augen auch, wenn es immer wieder mal kommt, ist, ja, wir müssen damit leben. Also das wird jetzt keine Auswirkungen mehr haben. Die Welt ist eine Katastrophe, zumindest für uns Europäer. Wir haben steigende Zinsen, die sind momentan sehr konstant. Lieferketten unterbrochen, das hat sich wieder stabilisiert. Also man hat ja sämtliche Preissteigerungen und Argumentationen nur noch aufgrund von Lieferketten. Alles kam aus der Ukraine und da wurde natürlich auch viel Schindluder getrieben und Menschen haben sich aufgrund dieser Lage auch bereichert. Muss man ganz offen und ehrlich ansprechen. Hat natürlich so ein Thema wie die Lohnpreisspirale. Unser Bundeskanzler Scholz hat uns ja damals im Wahlkampf, oder nicht mir, weil ich da nichts davon gehalten habe, von der Partei, erzählt, dass er für Mindestlohn ist. Aber das war alles Lug und Trug. Einfach nur, damit er an die Macht kommt. Weil letztendlich, was er keinem erzählt hat, dass wenn er die Mindestlohne erhöht, dann die Lohnpreisspirale erst einmal nach oben geht. Und wenn ich heute mit meiner Familie am Samstag zum Einkaufen gehe und da 200 Euro in einem Einkaufskorb habe, wo ich früher 80 oder 100 Euro bezahlt habe, dann hilft es dieser Familie, die jetzt anstatt 11 Euro, 12 Euro 80, glaube ich, ist der Mindestlohn bekommen, auch nicht mehr sehr viel. Das heißt, da passiert sehr, sehr viel Schindluder, einfach nur um zu polarisieren. Steigende Inflation, ich glaube, die haben wir im Griff. Der Euroraum fraglich, monatliche Zinskosten schwierig, sehr, sehr viele Bauträger gehen insolvent. Und wenn ich mit meinen Bankern rede, wir sind auf Vorstandsebene und ich habe eigentlich wöchentlich zu meinen Bankern Kontakt, weil wir uns ganz, ganz eng austauschen und ich vor allem den Puls der Zeit hören möchte. Ich möchte, ich frage immer, egal mit wem ich zusammen bin, wie ist bei hier, was ist gerade los? Egal, ob das in einem anderen Gewerbe ist, ich möchte ein eigenes Gefühl für die Märkte bekommen. Ich möchte mich nicht verlassen auf irgendwelche Zeitungsartikel, aber der Banker berichtet, oje, oje, der Druck wird immer größer bei vielen. Und wenn du heute Immobilienhandel betrieben hast auf variable Zinsen, dann hast du ein Problem, weil du dann einfach die vierfach höhere Belastung hast. Und wenn die Leute jetzt einen Fehler nicht gemacht haben, das Geld mit dem Schubkan rausgefahren, sondern auch mal was auf die Seite gelegt, dann greifen sie gerade ihre Ressourcen an. Und das ist ein Problem und das kann aber auch eine Chance für alle sein, die ja gut gewirtschaftet haben. Und wirtschaften in der heutigen Lage ist halt auch ein wichtiger Punkt. So, und das ist glaube ich das größte Problem unten, dass Banken keine Finanzierungen mehr so vergeben wie früher und den Käufer finden. Wir müssen alle uns umdenken, wir müssen uns alle heute Lösungen erarbeiten, wie man Käufer findet. Und da hilft uns die digitale Welt extrem. Denn zum Schluss hat ein Satz mein Leben verändert. Euer Verdienst ist daran gekoppelt, wie viele Menschen ihr in eurem Leben helft. Euer Verdienst ist daran gekoppelt, wie viele Menschen ihr mit eurer Produktdienstleistung eben anderen helft. Beispiel, die Kassiererin vom Lidl, nicht respektierlich gemeint, die macht einen tollen Job, aber die hat halt einfach nur acht Stunden Arbeitszeit und die kann halt einfach nur gewisse Ware drüber ziehen. Der Herr Lidl, Schwarzgruppe, also nicht der Herr Lidl, sondern Schwarz, der hat ein Modell gebaut, der sitzt in einer anderen Perspektive in diesem Unternehmen und hilft natürlich mehreren Filialen, hat viele Kassiererinnen. Und dadurch hat er extreme Reichweite, weil er die Nahrungskette in Europa den Menschen löst. Und Nahrung ist ein wichtiger Punkt, deswegen hat er anhand diesem Beispiel eine andere Perspektive. Und ihr werdet euch in dem Laufe eurer Selbstständigkeit, Unternehmertum verändern. Das heißt, ihr fangt am Anfang an mit folgender Situation, ihr fangt als Einzelkämpfer an, ihr seid der Torwart, der hinten alleine steht, ihr schaut auf das Spielfeld und jetzt müsst ihr auf einmal ganz, ganz viele Dinge in eurem Leben betreiben. Ihr seid am Anfang der Vertrieb, der Marketer, der Personalleiter, der IT-Leiter, ihr seid der Steuerberater, Ansprechpartner, ihr seid das Finanzamt, ihr müsst ja all diese Komponenten abdecken. Und das muss man sich mal, ja, verinnerlichen. Und wenn man das, ich finde immer so toll, man kann das Ganze auf den Leistungsprofisport vergleichen, wenn man den FC Augsburg jetzt mal nimmt, ich nehme jetzt mal nicht den FC Bayern, kann ich den FC Bayern nehmen oder gibt es hier mit dem FC Probleme? Nein, da gibt es Probleme? Also nehmen wir Augsburg, war unentschieden vor zwei Wochen 1-1, deswegen alles gut. Was passiert denn im Leistungssport, wenn ein Profiverein einen Spieler sucht, dann beschäftigen die sich extremst mit der Position und mit seinem Können. Und die gehen sogar noch tiefer hinein, die fragen, wo war der vorher, wer die David Beckham Netflix-Doku angeschaut hat, Alex Ferguson berichtet, er hat nur Spieler zu sich in die Mannschaft geholt, die in einem sozial gestärkten Partnerschaftsfeld waren, weil er wollte nicht, dass seine Spieler Hirnspinste reinhaben, irgendwelchen Mädels hinterher mit Testaron getrieben laufen oder Spielerfrauen, die Spieler vielleicht irgendwie da umhertreiben. Das heißt, er hat nur Spieler gewählt, wo das soziale Umfeld geklärt war. Problem bei David Beckham war nur, der hat dann, während er bei Manchester United war, sich in die, wie heißt sie? Viktoria. Poschspice, genau. Viktoria war, genau, doch, die heißt so, stimmt. Ich war jetzt auf Poschspice. Hat sich dann Poschspice ins Nest geholt und dann hatte er ein Problem. Der hat sechs Monate mit ihm nicht mehr gesprochen, angeblich, laut dieser Doku. Also das zeigt, ihr müsst euch klar sein, wenn ihr diese Reise beginnt vom Selbstständigen zum Unternehmer oder vielleicht ist auch der ein oder andere hier gerade am Anfang, dann wird er vor gewissen Herausforderungen stehen und wird einfach extremst sich verändern und anpassen müssen. Und das muss man jetzt wieder vom Thema Mindset her wissen. Nicht jeder will das. Und ihr müsst euch auf eurer Lebensreise hinterfragen, was wollt ihr denn überhaupt und was ist euer Warum? Weil wir alle Menschen haben ein Warum und die Immobilie ist nicht unser Warum. Die Immobilie ist der Mittel zum Zweck für das Warum. Wir haben uns den Job Immobilie ausgesucht, weil es uns irgendwo inspiriert, weil es Leidenschaft ist, wenn man sieht, dass etwas entsteht, dass dort etwas gebaut wird. Das sind alles Dinge, die uns persönlich in unserem Leben das Warum antreiben. Und das müsst ihr euch dessen bewusst sein, da wird Veränderung passieren. Und wenn ihr einen Betrieb, der auf Autopilot laufen soll, bauen wollt, dann müsst ihr von der Pike auf anders euer Mindset verändern. Weil wenn ihr die Dinge so macht, wie ihr sie bisher gemacht habt, dann werden sie auch genau so das gleiche Ergebnis wieder hervorrufen, wie das, was ihr bisher tut. Das ist nicht die Antwort, die ihr hören wollt, aber wenn man etwas Neues im Leben möchte, muss man seine alten Verhaltensmuster durchbrechen. Und das Problem ist, wir wissen alle in unserem Leben, und jetzt aufgepasst, was ich euch sage, und das hat so ein bisschen bei mir meine Denke verändert. Wir wissen alle, wir kommen zur Welt. Was kommt danach? Wir werden gewickelt, wir werden gefüttert, wir lernen zu laufen, zu sprechen, wir werden irgendwann in die Schule gehen, wir werden in die Pubertät kommen, wir werden irgendwann uns mit dem Berufsleben beschäftigen. Und mit 18 wissen wir was? Ja, manche nicht, okay, aber wir wissen zumindest, wir sind laut Gesetz erwachsen, wir haben nun Sorge zu tragen. Das sagt uns aber, 18 Jahre unseres Lebens wurden wir darauf trainiert, erwachsen zu werden. Und jetzt wollen wir Folgendes in unserem Leben mit 18 erreichen, mit aller Gewalt erfolgreich werden. Weil es gibt ja gerade heute mit Instagram, Facebook und all diesen Dingen, gibt es ja Konsum, der uns vorgespielt wird, der uns teilweise auch extremst manipuliert. Weil wir sehen ja immer tolle Dinge, wir sehen ja, jetzt nimm mal meine Person, ich bin jetzt medial sehr vertreten, ja, nicht weil ich den besten Input gebe, der ist noch besser, aber es liegt einfach daran, ich kaufe mir Sichtbarkeit. Sichtbarkeit kann man sich kaufen. Wenn man einfach ein Geschäftsmodell hat, wo genügend Ertrag kommt, könnte mehr Werbung schalten, mehr Werbung heißt mehr Menschen. Ich erreiche mittlerweile eine Million Menschen mit meinem Instagram-Account jeden Monat, obwohl ich nur 7500 Follower habe. So, das heißt aber, dass uns das ja im Umkehrschluss in eine Richtung treibt, die uns vielleicht von unserem eigenen Leben wegbringt, was wir eigentlich wollen. Und dieser Gefahr unterliegen wir alle. Und das Problem ist, wieder auf dieses Leben zurück, von 1 bis 18 wissen wir das ist. Wir wissen auch, wir schalten, wir bremsen an der Ampel wo? Rot. Manchmal fahren wir auch bei Gelb vielleicht noch drüber. Aber das sind Dinge, die wissen wir. Und jetzt, wenn ihr ein Unternehmen auf Autopilot bauen wollt, was meint ihr, wie lange der durchschnittliche Aufbau es dauert, um solche Unternehmen, wie wir in der Stadt mit Läden sehen, weil das ist die mentale Verfügbarkeit, die kennen wir alle, wie lange dauert es, ein Unternehmen so aufzubauen? Sieben Jahre. Du bist bei mir im Coaching, deswegen weißt du das. Aber es ist richtig. Es sind sieben Jahre. Wir haben 70, 80 Jahre. Wir müssen 18 Jahre warten, um mal erwachsen zu werden. Und jetzt sollen wir sieben Jahre irgendwie was tun. Aber es kommt nicht das Ergebnis. Weil das Problem ist, und das ist der Trug hier in diesem Raum, wir glauben, alles was wir tun, hat sofort Auswirkungen auf unser Ergebnis. Unser Handeln von heute bestimmt euer Ergebnis in der Zukunft und euer Ergebnis von heute ist geschuldet eurer Vergangenheit. So, diesen Satz müsst ihr einfach hinterfragen und müsst sagen, okay, bin ich überhaupt bereit? Ich habe es in zwei Jahren geschafft. Man kann es in sieben Jahren schaffen. Das liegt an eurem persönlichen Warum und eures Ehrgeizes. Da müsst ihr aber auch viel zurückstecken. Aber ich will euch einfach mitgeben, ihr braucht eine gewisse Zeit. Ja, ganz, ganz wichtig. So, dann nochmal zurück. Also, was heißt das jetzt für unsere Markenstrategie 2023? Wir müssen uns überlegen, wo ist unser Cash-Cow? Was ist unser Geschäftsmodell? Wo verdienen wir Geld? Und ganz, ganz viele Menschen haben ganz, ganz viele Hirnpfürze im Kopf und lassen sich von ganz vielen Hirnpfürzen verleiten. Die ganz tollen Geschäftsideen. Wer kennt Höhle der Löwen? Wer hat es schon angeschaut? So, da passiert manchmal Folgendes. Da kommen Menschen rein, die sind einfach komplett falsch orientiert. Das sind Investoren, die sagen, ja, das ist eine coole Idee. Ich würde jetzt meine Leistung dir zur Verfügung stellen. Aber dann kommt die völlige Überschätzung von dieser Idee. Und danach gehen sie leer aus. Das heißt, ihr braucht eine Cash-Cow. Ihr könnt eure Verkaufsgebiete von der Strategie erweitern. Ich würde behaupten, ihr müsst sie erweitern. Die Märkte sind anders. Das heißt, ihr braucht in der Regel ein Gebiet von mindestens 300.000 Menschen Einzugsgebiet. Wichtiger Punkt. Egal, ob ihr Händler, Makler seid, ihr müsst, oder Bestandsaufbauer, ihr müsst eure Gebiete erweitern. Ihr müsst einfach mehr Menschen ansprechen. Sichtbarkeit durch Social Media. Da werden wir nachher intensiv drauf eingehen. Jeder muss Social Media betreiben. Und Social Media heißt nicht, der muss es so machen wie Max Wolf, sondern ihr müsst einfach euch verkaufen. Die meisten Menschen verkaufen sich zu wenig. Jetzt kommt wieder mein Running Gag. Wer ist hier ein Mann im Raum? Muss man ja fragen heutzutage. Ihr lacht. Ja? So. Wer hat einen Lebenspartner? So. Was war mit 18? Seid ihr alle auf die Jagd gegangen, oder? So, da war es kein Problem. Da waren wir jung, da haben wir viele Frauen angesprochen. Und das ist ein Quotenthema. Und Social Media hilft uns einfach. Wie bitte? Ja, du bist ja jetzt schon älter. Deswegen. Was ich euch damit sagen will. Social Media hilft euch, euer Produkt zu verkaufen. Und wir werden im zweiten Vortrag darüber sprechen, wer ist denn überhaupt eure Zielgruppe? Die meisten Menschen wissen nicht einmal, was die Zielgruppe ist, was hat die für ein Problem und was löst ihr? Überlegt euch bitte, was ihr der Menschheit löst. Ihr alle löst etwas. Alle. Ob ihr Bestandshalter, Architekten, Bauträger, Makler hier im Raum seid, ihr löst allen etwas. Und wenn ihr das wisst, könnt ihr das über Social Media relativ leicht verbreiten, bekommt zehnmal mehr Angebote, zehnmal mehr Anfragen von Käufern und auf einmal läuft der Laden. Problem ist nur, eure Nachbarn, euer Umfeld, die euch belächeln. Ich sage, jetzt fängt die auch noch mit Social Media an, die spinnt doch. Ja? Aber wie das geht, zeigen wir euch nachher. So, geht in Communities, schafft Partnerschaften. Die Zehnjahresfrist kann eine Möglichkeit sein, wenn ihr eine Immobilie im Privatbestand länger als zehn Jahre habt, Cashouts zu machen, dann was zu verkaufen, damit einfach die Liquidität aktuell steigt. Sucht ihr Investoren, Finanzoptimierung, schaut eure Kosten an, vertikal und horizontal zu skalieren, da gehen wir nachher noch drauf ein, weitere Standbeine eventuell zu implementieren, aber wichtig ist, nur in eurer Branche, wir sind alle wegen Immobilien hier, fangt bitte nicht an, jetzt einen Kiosk aufzumachen, einen Fahrradladen und noch einen Kaffee und ein Restaurant, sondern ihr müsst die Wertschöpfungskette der Immobilie bedenken, finden, projektieren, bauen und verkaufen und da müsst ihr euch überlegen, wo könnt ihr einen Mehrwert liefern. So, seid euch dessen bewusst, die Immobilie ist nur Mittel zum Zweck. Für uns alle hier. Das ist ein harter Satz. Das soll jetzt auch nicht abwertend gelten, aber es geht immer um euer Warum. Und die Immobilie ist euer Mittel zum Zweck. Bei Schwarzgruppe ist es das Lebensmittel oder die Lebensmittel. Der Lebensmittel, weiß ich nicht. So, das heißt, wir müssen uns überlegen, eine Schablone, die ihr jetzt von mir in die Hand bekommt, die ihr eins zu eins nachbauen könnt, egal ob ihr den ersten Mitarbeiter habt, ob ihr das alleine machen wollt, ob ihr das mit 10, 50, 500 oder 5000 Menschen machen wollt. Nämlich, das System ist immer das Gleiche. Und wie das ausschaut, schauen wir uns jetzt an. Das heißt, jeder geht seinen eigenen Weg. Ich bin gerade darauf eingegangen und ihr habt das Problem, dass ihr nicht wisst, wo steht ihr gerade und ihr kommt vielleicht, wie in so einem Computerspiel, in diesem Schritt gerade aktuell nicht weiter. Deswegen habe ich auch vorhin gefragt, was sind eure Fragen, damit ihr die Lösungen auf eure aktuellen Lebensabschnitte bekommt. Und ihr habt vielleicht heute schon den Lebensabschnitt, die Lösung für die 12. Stufe, aber für die 3. vielleicht aktuell nicht. Aber ihr wisst nicht, dass ihr die schon für die 12. habt. Und das ist das Problem, was wir alle in unserem Leben haben. Wir können es teilweise nicht richtig einordnen, weil die Ergebnisse nicht gleich kommen und Ergebnisse ist die Befriedigung auf unser Tun. Gerade die Vertriebler unter uns. Wenn bei uns nicht verkauft wird, dann laufen wir amok. Dann werden wir irgendwie unruhig. Aber manchmal ist das halt so im Berufsleben, dann ist es halt, dann muss man wieder gucken, dass es weitergeht. So, das heißt, ich behaupte, anhand eures Einkommens kann man jeden in ein gewisses Umsatzlevel rein manövrieren. Das Leben hat Muster. Wir beschäftigen uns immer mit den gleichen Menschen in unserem Umfeld. Man erkennt auch an einer Person und seinem Freundeskreis, wo er wirtschaftlich, finanziell und sozial steht. Achtet mal drauf. Das ist menschlich. Das ist ganz normales Lebensmuster. Wir suchen uns Menschen, die zu uns passen. Und Hausmeister suchen Hausmeister, Verbrecher, Verbrecher. Ärzte umgeben sich mit Ärzten. Das ist halt unser gesellschaftlicher Allerkreis, den wir bedienen. Die Gefahr ist nur, dass wenn ihr euch jetzt dann verändern wollt, euer Umfeld auf euch massive Einwirkungen haben wird. Und das müsst ihr schon als erste Hürde durchbrechen. So, aber es liegt immer an einem selber, was man eben tut. Das war da gerade noch gestanden. Und im ersten Schritt müsst ihr euch eure Essay-Klasse überlegen. Ihr müsst euch überlegen, Was macht ihr? Und da kommt der Return on Invest eben zustande. Eure Kosten auf der einen Seite mal Faktor 5 ergibt das Ergebnis. Das heißt, ein Geschäftsmodell, was multiplizierbar ist, was auch genügend Ertrag abschmeißt, um gewisse Dinge zu bezahlen, muss mindestens Faktor 5 haben. Wenn ihr also Internet anfangt, steckt ihr einen Euro in das Internet rein und müsst so lange den Code versuchen, von Facebook zu knacken, um hinten mindestens 5 rauszubekommen. Das ist ein gutes Geschäftsmodell. Im besten Falle Faktor 8 bis 12. Mehr geht nicht. So, jetzt hinterfragt euch mal euer Geschäftsmodell. Und ich werde heute Nachmittag eine Methode zeigen, wie man relativ gut Bestand aufbauen kann, ein Bestandsaufbausystem, wo genau dieses Geschäftsmodell nochmal hinterfragt wird. Das heißt, jeder hier im Raum, bitte denkt mal drüber nach, ist mein Geschäftsmodell überhaupt so rentabel oder bin ich in irgendetwas reingetrieben worden, dass ich zu hohe Kosten habe und dadurch guten Umsatz kaputt mache oder vielleicht noch gar keinen Umsatz habe. Das heißt, wir müssen uns alle immer als erstes das Geschäftsmodell hinterfragen. So, und wenn ihr jetzt anfangt, dann habt ihr immer eine Umsatzseite und das ist ganz wichtig zu verstehen. Erst kommt Umsatz, dann kommt Umsatz und dann kommt lange gar nichts und dann kommt Umsatz. Weil wenn ihr keinen Umsatz habt, könnt ihr auch überhaupt nichts machen. Ihr habt keine Chance, in eure Lebensarchitektur zu investieren, geschweige denn, den Unternehmensaufbau zu betreiben. So, und jetzt haben wir wieder die Falle des Lebens, dass wir alle glauben, wenn wir Umsatz machen, können wir sofort konsumieren und das Leben läuft so weiter. Die ersten 100.000 funktionieren relativ einfach und schnell, aber es ist wie Porsche fahren. Wer schon mal ein Porsche oder ein schnelles Auto gefahren hat, bis 100 können wir die alle fahren. Bei 150 wird es dann schon schwieriger, bei 200 wird es immer dunkler und bei 300 ist dann eh bei vielen vorbei. Und so müsst ihr euch das Unternehmertum überlegen. Ihr habt auf jeder dieser Stufen andere Herausforderungen. und das wird auch nie aufhören. Ich habe einen Freund, der hat 5.000 Mitarbeiter in Deutschland, unter anderem auch hier in Köln, eine Filiale, der hat die gleichen Probleme, nur auf andere Art und Weise. Und das muss man auch mal vom Mindset verstehen. Wir sind alle hier nicht alleine im Raum. Das ist ganz normal, das ist das Leben und das hört auch nicht auf. Das heißt, ihr müsst euch ein Flywheel bauen, mehr Aktivitäten heißt mehr Leads, mehr Leads heißt mehr Kunden, mehr Kunden heißt mehr Umsatz. Das ist eine ganz banale Folie. Aber das ist euer Allertun jeden Tag. Wir brauchen Leads. Und Leads nicht nur auf Kundenseite für Käufer, sondern auch Objektankauf. Egal ob du Makler, Architekt, Baudräger bist. Wir brauchen Objekte, wir brauchen Käufer. Jetzt müssen wir uns irgendwie überlegen, wie kann man diese Schablone duplizieren. Und bei mir hat es Glück gemacht, im Leben geht es nur um eins, um Kontakte. Wir Menschen wollen immer nur eins, wir wollen sofort verkaufen. Wer von euch kennt Ikea? Wer kennt McDonalds? Starbucks, wie die alle heißen. Warum vertrauen wir diesen Marken? Weil die mental für uns verfügbar sind. Das heißt, die haben ein Geschäftsmodell geschaffen, was einfach für uns verfügbar ist. In jeder Stadt gibt es einen Bäcker, den kennt jeder, jeder kennt McDonalds, den Metzger, die sind einfach, diese Ketten sind mental verfügbar. Und ihr müsst in eurem Geschäftsmodell Folgendes erreichen. Ihr müsst umdenken, ihr müsst den Menschen euren Mehrwert verkaufen und ihr müsst wissen, wenn es um Immobilien geht, sagen die euren Namen. Wie das geht, zweiter Vortrag. Aber das muss man mal sich hinterfragen. Ihr habt alle hier Kaufmotive im Leben. Wir kaufen über Schmerz oder wir kaufen über Lust. Andere Motive gibt es nicht. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, was tut ihr denn da? Und warum geht ihr zu diesen Läden? Und jetzt reflektiert das mal auf euer Geschäftsmodell. Warum soll ich bei euch eine Immobilie kaufen? Die Menschen, die auf euch kommen, die kennen euch ja vielleicht gar nicht, weil ihr mental nicht für diese Menschen verfügbar seid, sondern ihr habt ein Produkt. Und das wollt ihr verkaufen. Und das ist ein Fehler. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist ein Fehler. Was verkauft ihr denn, wenn ihr richtig verkauft? Nee. Nein. 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 Ah, ja. Ihr verkauft eine Lösung. Und das müsst ihr verstehen und dann müsst ihr euer Gehirn umtrainieren. Ihr verkauft weder euch noch euer Produkt. Ihr verkauft immer eine Lösung im Leben. Und seitdem ich das verstanden habe, positioniere ich mich anders, mache anders Werbung, erzähle Menschen, wer ich bin, die haben noch gar kein Problem. Und irgendwann haben sie ein Problem und sagen, ja, der kann mir aber da helfen. Und darum geht's. Und das ist so banal, was ich hier erzähle, aber alle großen Unternehmen haben das verstanden. Und alle 86% des Mittelstandes haben das nicht verstanden. Weil man verkauft ein Produkt. Man macht als Makler eine Wohnungsbegehung und sagt, ja, hier ist das Wohnzimmer, da ist die Küche, da ist die Werkstatt und da hinten ist Bad. Ich hab da meinen Gag nicht verstanden. Schlafzimmer. Bayerischer Humor. So, das heißt, ihr müsst bei einer Begehung mal fragen, was ist denn dein Warum? Wie viele Kinder hast du? Was müssen wir berücksichtigen? Müssen wir in die Busverbindung? Muss der Hund irgendwo Gassi gehen? Wie viele Parkplätze brauchen wir? Oder whatever da alles mit reingehört. Also verkauft Lösungen. Und dann werdet ihr auch mindestens fünfmal mehr verkaufen. Wir kaufen kein Produkt. Kein Mensch. Das Produkt ist Mittel zum Zweck, um was zu lösen. Schmerz oder Lust. Ein schöner Anzug ist Lust. Aber ich könnte jetzt auch hier in der zerrissenen Jeans stehen, dann ist das Mittel zum Zweck, dann ist es Schmerz, damit ich hier nicht nackig stehe. Das muss man verstehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, und diese Kette hier, die müsst ihr jetzt fotografieren. Egal, wer hier ist. Das Ding hier leite ich meinen ganzen Betrieb und automatisiere ihn darüber. Ich erkläre euch das. In meinem Betrieb ist nichts mehr in Personen gedacht, sondern nur noch in Rollen. Wir Menschen neigen dazu, wenn wir zwei Rollen im Leben einnehmen, machen wir was? Das, was uns am meisten Spaß macht. Und das, was wir nicht wollen, schieben wir weg. Aber, wenn wir wissen, der Umsatz muss zuerst kommen, damit ich dann spezialisieren kann meine Rollen auf diese vielen Abteilungen, dann muss ich mir folgendes überlegen. Ich brauche immer eine Aktivität. Eine Aktivität heißt, wo kommen Leads her? Wo kommen Menschen her, denen ich etwas löse mit meinem Produkt? So, das ist meistens in der heutigen Zeit relativ einfach. Man kann sich Leads kaufen bei ImmoScout, man kann bei IMV, alle Menschen einladen, online in ein System, was ich euch gleich zeigen werde, die ihre Immobilie ohne Makler verkaufen. Ihr könnt die auf Facebook generieren, ihr könnt Netzwerken, ihr könnt Follow-up machen. Wer macht Follow-up hier im Raum? Menschen, mit denen er schon mal gesprochen hat, regelmäßig zu kontaktieren. Wer das nicht macht, bitte dringend machen. 40% unseres Umsatzes ist resultierend aus Follow-up. Ja, das heißt, ich habe eine Aktivität. Wenn ich jetzt genügend Leads habe, kann ich jemanden telefonieren lassen, Termine machen. Wenn ich Termine habe, habe ich Reinholtermine, entweder Objekt Einkauf oder Verkauf, wie auch immer und zum Schluss muss ich es verkaufen. Und jetzt aufgepasst, wenn mein Umsatz nicht funktioniert, bei wem funktioniert der Umsatz nicht? Komm, das sind bestimmt ein paar, das ist hier, so, wenn der Umsatz nicht funktioniert, macht ihr folgendes, ihr geht das rückwärts. Ich habe jeden Morgen um 8.30 Uhr bis 9 Uhr mit allen unseren Vertriebsabteilungen ein Meeting. Da passieren parallel drei verschiedene Meetings. Da geht es nur um diese Kette. Wie viel Aktivität hatten wir heute, morgen, übermorgen und gestern? Wir schauen den Umsatz von gestern an, heute, morgen, übermorgen. Weil wenn ich ein Team irgendwann habe, kann ich die terminieren. Wir wissen, bei uns kann der Vertrieb am Tag sechs Verkaufsslots machen. Das heißt, der Terminierer muss sorgen, dass der Reinholer sechsmal am Tag spricht. Rückwärts gedacht, kein Umsatz, heißt, warum kein Umsatz? Naja, weil wir nicht genügend Reinholtermine haben. Reinholer, warum hast du nicht genügend Termine? Ja, weil ich keine von der Terminierung bekomme. Terminierer, warum machst du nicht genügend für den Reinholer? Ja, weil ich keine Leads habe. Das heißt, ihr seht mit einem Blick, wo die Prozesskette im Umsatz in eurem Betrieb bricht. Das heißt, ihr müsst nur zwei Dinge berücksichtigen. Die Kette zu verstehen und aufhören, dass einer alles macht. Immer in Rollen denken, weil dann könnt ihr einen Systemvertrieb bauen, der nicht auf Zahlen, Daten und Fakten, äh, nicht auf Zufall gebaut ist, weil wer kennt das? Du sprichst mit deinem Vertriebler, ah Max, der mag das ganz schlecht. Und gestern bei dem Besichtigungstermin, da war dann die Katze da, die ist umgefallen, mussten wir reanimieren und dann bin ich nochmal runter zum nächsten Termin, der war gar nicht da und dann war das und du denkst dir, pff, blöd. Ja? So, wenn du aber einen Spiegel vorhalten kannst und kannst sagen, hey, pass mal auf, jetzt kommen wir nämlich gleich in das Tracking, lieber Reinholer, du hast zwölf Termine gemacht, aber du hast keinen einzigen Auftrag geholt, der kann sich nicht mehr ausreden. Und wenn er zwei Rollen macht, redet er sich aus, dann sagt er, ah, ich musste aber gestern noch die Ablage machen. Ja? Also Rollen, ganz, ganz wichtig und diese Kette wiederholt uns jetzt immer mehr und mehr. Das sind die Abteilungen, was ihr alles seid. Ihr seid administrative, Recht, Wissen, ihr müsst das Fundament bauen mit irgendwelchen Stellenplatzbeschreibungen, Organigrammen, Unternehmensphilosophien und Kulturen, ihr müsst Prozesse bauen, ihr müsst verkaufen, ihr müsst Kundenabwicklung, Finanzen, Personal, Marketing, Controlling, IT und erst dann kommt das Thema Digitalisierung. Die meisten Menschen machen folgenden Fehler, die fangen an, sofort zu skalieren und zu digitalisieren, aber haben die Dinger unten dran nicht. Und wenn ein Haus nicht auf einem sauberen Fundament steht, dann wackelt es. Und denkt wieder, wie lange es dauert, einen Betrieb aufzubauen. Meine ersten zwei Jahre, ich hatte zwei Mitarbeiterinnen, ich habe nur an dem Fundament gearbeitet, ich habe nicht skaliert. Und wir sind jetzt bei Bricks and Mortals soweit, dass wir ab Januar eskalieren können und wir können bis zu 50 Partner pro Monat ans Netz nehmen. Weil das Geschäftsmodell funktioniert, weil jeder mehr hat wie vorher und weil die Prozesse definiert sind. Und wenn ihr jetzt schaut, das hier ist eure Gründung. Die habt ihr alle wahrscheinlich hinter euch. Ab hier, Fundament bis Prozesse, das ist das Fundament. und dann kommt Sales und dann kommen erst die anderen Sachen. Also bis hierhin sind wir nur beim Umsatz, an dem wir jeden Tag arbeiten müssen. Und wir müssen erstmal beweisen, dass wir regelmäßig Umsatz machen, wir müssen Mitarbeiter einstellen, müssen mit denen ein bisschen rumhantieren, müssen uns auf die persönlichen Herausforderungen dort einstellen und und und. Aber das ist der Turmaufbau, wie ihr ein Unternehmen aufbaut, damit es auf Autopilot läuft. und jetzt sagen viele schon um Gottes Willen, was muss ich denn da alles machen? Das ist halt leider so. Sonst wird es nicht funktionieren. Wenn du einen dieser Bausteine nicht berücksichtigst, wird es nicht funktionieren. Und diese PTCR-Methode, bei uns ist folgendes und jetzt kommt die Antwort auf deine Frage, wie kommst du aus dem Unternehmen raus und wie kann ich mein Unternehmen automatisieren? Nur durch Prozesse. Und ich habe euch erzählt, von 1 bis 18, wir wissen das, der Staat hat uns das alles mitgegeben. Wir wissen, wann die Kommunion ist, die Konfirmation, wann wir Steuern abgeben müssen. Wir wissen das. Aber in eurem Betrieb müssen eure Mitarbeiter wissen, was ihr zu tun habt als Mitarbeiter. Das ist nicht dem Zufall überlassen. Sonst werden die ihre eigenen Dinge dort rein interpretieren und ihr habt die Probleme. Und dann kommt diese Achterbahnfahrt. Ein Jahr gut, ein Jahr schlecht, ein Jahr gut, ein Jahr schlecht. Das heißt, wir bringen bei uns im Unternehmen alles in einen Prozess, P, T wie Training, wir nehmen alles auf Video auf. Wie man eine Rechnung schreibt, wie man ein Event hier organisiert. Also alles, was wir einmal machen, nehmen wir auf Video auf. Und da gibt es eine eigene Akademie, da gibt es ein Tool, das heißt Teachable, Learning Suite oder MyKachabi. Da könnt ihr die Videos auf die Abteilungen hochladen. Neuer Mitarbeiter kommt, schaut sich alles an. Wenn er es nicht versteht, schaut das System mal an. Ihr seid raus. Ich habe irgendwann festgestellt, ich erzähle immer den gleichen Summs jedem. Also habe ich angefangen, es auf Videos aufzunehmen und jetzt ist es im T wie Training verankert, C ist das Controlling und R ist die Ressource. Und das ist der Schlüssel auf das Ergebnis, wie ihr einen Unternehmensbetrieb auf Autopilot stellt mit diesen vier Buchstaben. Prozess, Training, Kontrolle, Ressource. Wir haben mittlerweile eine eigene Abteilung bei uns, das ist Business Development und das war mein Game Changer. Ich habe am Anfang mit Dualstudenten angefangen, denen bezahlte das Studium. Die sind sehr lernwillig, sind nämlich hier die Arona, die Alina, die dabei ist, da hinten könnt ihr mal fragen. Die studieren Immobilienwirtschaft und die wollen einfach in alle Betriebeabteilungen Einblick haben. Und die Business Development Abteilung macht folgendes bei uns, nämlich nichts anderes wie um Prozesse, Checklisten, Arbeitsabläufe zu kümmern. Wir sind mittlerweile vier und da steht der Leiter Business Development, der Daniel, könnt ihr fragen, der weiß alle Prozesse bei uns im Unternehmen, der führt dieses Team mittlerweile, damit die Arbeitsabläufe klar definiert sind. Wir haben eine Agenda mittlerweile, wir haben eine Akademie, wir überlassen nichts mehr dem Zufall. Und da stehen so Dinge drin, die ich jetzt auch gleich zeigen werde, wo ihr lachen werdet, aber die Frage wurde mal irgendwann gestellt. So, das sind alles die Dinge, die ihr euch an Fragen stellen müsst, die gehen wir jetzt gar nicht näher drauf ein, das wiederholt sich und jetzt sind das die sechs größten Learnings, auf die ich jetzt noch schnell eingehen werde. Digitalisierung und Prozesse hat dieses ganze Thema verändert und diese Punkte müsst ihr euch anschauen und die müsst ihr erarbeiten und daran müsst ihr eben Gas geben. Geschäftsmodell und die Essigklasse, Business Development, Mitarbeiterführung, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir glauben immer, dass wenn wir mit Mitarbeitern anfangen, sind das so Befehlsempfänger, die kriegen ja auch Geld, die haben zu dienen und im besten Fall auch den Mund zu halten und dann stellen wir fest, hoppala, das Leben ist ja ganz anders. Das sind Menschen und die Menschen haben auch ein Warum und ja, die gehen in die Arbeit, um Geld zu verdienen, aber wir müssen auf Augenhöhe miteinander mit denen, sonst ist irgendwie wie in einer Beziehung, bricht irgendwann die Kette, dann gibt es Reibung und da muss man reden und dazu braucht ihr Systeme. Wenn ihr keine Prozesse habt, verliert ihr jede Diskussion mit jedem Mitarbeiter. Wenn ihr Systeme habt, gewinnt ihr jede Diskussion, nicht ihr als Chef, sondern das System gewinnt. Weil man kann sagen, du pass mal auf, da gibt es eine Checkliste, da steht doch genau drin, P-Prozess, Video ist auch noch da, warum? Ja, äh, ja, äh, hör mal auf. Ja? Ja, wer kennt das? In der Beziehung, dann streitet man und irgendwann heißt es ja, damals vor drei Jahren hast du das zu mir gesagt und irgendwann bricht der Krug immer mehr und mehr und das ist nicht gut und man kann die Beziehung auch auf das Unternehmerleben münzeln. Das heißt, ihr müsst euch Gedanken machen, der Mitarbeiter ist kein Befehlsempfänger, sondern der ist das Wichtigste in eurem Unternehmen. Nämlich, jetzt sind wir bei dem Punkt, ihr schmeißt da wie so ein Euro jeden Monat in die Sparbüchse, dass der was, sein Wissen immer besser macht. Der wird immer besser. Wenn der weg geht, weil ihr den nicht richtig führt, pum, ist das ganze Wissen weg. Ist übrigens auch beim Facebook-Algorithmus so. Wenn ihr aufhört, in die Werbebibliothek einzubezahlen, ist euer Wissen wieder weg. Fangt ihr da von vorne an. Und das Problem beim Mitarbeiter ist ja, das Umfeld vom Mitarbeiter. Weil die reden ja auf den Mitarbeiter und der Mitarbeiter kommt dann ins Unternehmen und sagt, ja Chef, mein Mann hat gesagt, ich bin mehr wert. Und dann geht das ja so los. Wir kennen das alle. Ist ganz normal, weil die auch ein Warum haben. Das heißt, Mitarbeiterführung, Marketing und Sales sind die wichtigsten Dinge im Unternehmen. Digitalisierung, da werden wir jetzt gleich euch Tools zeigen, mit denen wir den Betrieb auf Autopilot stellen. Und da werdet ihr genau sehen, wie man solche Dinge in ein System bringt, damit die Prozesse vollautomatisiert eben ablaufen. Wir haben ein eigenes Intranet gebaut. Das heißt, bei uns im Unternehmen über Confluence, mit C, Confluence, könnt ihr euch holen. Da könnt ihr alle Begriffe eingeben. Das macht unser Business Development. Wenn der Mitarbeiter eine Frage hat, schreibt er dort rein. Kaffeemaschine reinigen, kommt eine Antwort. Prozesse, Stellenplatzbeschreibung, Toilettenpapier, Elektrokasten, egal was ihr fragt, kommen Antworten. Wir sind da sehr detailliert rein, über Confluence. Wir haben einen eigenen Shop, wir haben Pipedrive. Das werden wir euch gleich zeigen, wie du deinen Vertrieb über Prozesse abwickelst und genau siehst, wie viel Aktivität, Terminierung, Akquise und Verkauf wurde eben gemacht. Und das über diese Prozesstraining, Kontrolle und Ressourcemethode. So, das ist ein Prozess, der schaut bei uns so aus, den könnt ihr jetzt nicht lesen, aber das ist einfach der Workflow und da sind Nummern dran. Und der Mitarbeiter geht in diesen Prozess rein, sieht eine Nummer, und kann sich dann dazu das Video in der Primo Akademie anschauen. Und somit frickt der uns auch nichts mehr. Weil es ist ja alles auf Video für ihn in der Abteilung immer wiederkehrend duplizierbar. So, das Ganze ist natürlich auch über Handy und alles darstellbar. So schaut das dann aus. Das zeigen wir euch jetzt gleich, die Prozesskette. Wir sehen dann genau, Quoten können die standardmäßig vergleichen und können sagen, du, pass mal auf, in Köln, du hast einfach einen ganz schlechten Reinholwert. Die anderen haben eine Quote von 1 zu 3, du hast 1 zu 6. Woran liegt das? Oder, pass mal auf, dein Verkäufer, der hat irgendwie ganz, ganz viele Verkaufsgespräche, aber da passiert nichts. Ist das Produkt zu teuer eingekauft, also die Immobilie? Gerade im Makeln ist es ja ganz wichtig, nur noch die Objekte anzunehmen, die auch verkaufbar sind und ja nicht den Fehler machen, ja, ich habe einen Auftrag, den er aber nie verkauft. Also das ist auch so eine Schwelle, da müsst ihr aufpassen, dass er wirklich nur noch verkaufbare Objekte annehmt. Ressourcen ist ganz, ganz wichtiger Punkt. R, die meisten Unternehmen scheitern an der Ressource, haben jetzt nicht genügend Mitarbeiter, ist aber wieder zurückzuführen auf das Geschäftsmodell, weil zu wenig Ertrag im Geschäftsmodell ist. Das ist so ein leider Hexenkreislauf, der da funktioniert. So, Business Development habe ich euch gesagt. Ich würde jedem empfehlen, der Bock hat, sein Unternehmen auf Autopilot zu stellen, der muss sich eine Dualstudentin holen, die nichts anderes macht, wie den ganzen Tag Prozesse, Checklisten, Arbeitsabläufe in Videoformen und in Intranet zu bauen. So, Mitarbeiterführung haben wir besprochen, das ist wie so ein Fußballfeld. Unternehmen, Steuerung und Kommunikation läuft bei uns über Trello und Monday. Ihr müsst aufhören, diesen Flurfunk zu machen, das heißt, ihr habt ein System, da tragt ihr rein, wer ist der Verantwortliche und dann wird es ausgeführt. Und dann könnt ihr auch sehen, was ist immer, weil ihr könnt euch diese Vielzahl an Informationen gar nicht merken und ihr müsst auch selber euch ein Tool bauen, wie ihr eure Aufgaben alle abwickelt. Weil ihr könnt das nicht, also ich kann es nicht. Ich habe ein Board und ich habe ganz viele Abteilungen, das ist schwierig. Daher, ihr braucht nicht nur einen Blog, wo ihr reinschreibt, ihr braucht ein digitales Tool und wenn ihr schaut, ich kann meinen kompletten Betrieb digital hier, nämlich mit Trello, mit HubSpot, Pipedrive, Confluence, Monday und Slack steuern. Von überall aus der Welt. Ich sehe alles, was passiert an Zahlen, Daten, Fakten. Wenn ich Fragen habe, kann ich in Confluence reingehen und sehe alles. Und wenn ihr hier in Trello geht, sind hier die Abteilungen mit meinem kompletten Team. Wenn ich da jetzt was reinschreibe, hat meine Assistentin in Augsburg jetzt am Samstag eine Aufgabe, was sie am Montag tun muss. Und ich vergesse es nicht. So, wir steuern die Kalender, indem wir Zeitslots in Rollen geben. Sechs Stück am Tag. Der Terminierer hat die Aufgabe, den Reinholer in der Prozesskette zu terminieren. Dann habt ihr einfach fünfmal höhere Schlagzahl. Wie? Dass ihr alles auf Zufall macht und euch überlegt, mit wem spreche ich denn heute? Denkt wieder an meine Lidl-Story. Ihr müsst euer Geschäftsmodell mehr Leuten zur Verfügung stellen. Das sind dann KPIs, wo wir genau wissen, so und so viele Ersttermine haben wir versendet, so und so viele Rückläufer, Ersttermin, Zweittermin, Auftrag. Und dann können wir diese Kette uns anschauen. Das ist Excel, so haben wir angefangen und jetzt würden wir euch dann live das Ganze eben zeigen, wie das Ganze funktioniert. Das Marketing machen wir nachher. Vertriebs- und Finanzcontrolling zeige ich euch gleich. Das heißt, ich würde jetzt mal bitten, die Arona auf ihren Laptop umzustellen. Muss ich da irgendwas verändern, David? Und dann zeigen wir euch das. Wir machen einfach mal Trello als Beispiel an oder Monday. Fangen wir damit an. Und wenn ihr Fragen habt, fragt jetzt bitte. Dann machen wir Pause. Das heißt, ihr braucht ein Tool, um eure Arbeitsabläufe zu hinterfragen. Das heißt jetzt nicht, jetzt sitzt der eine oder andere vielleicht hier und sagt, boah, ist mir alles zu doof, ich habe einen Mitarbeiter, gar keinen Mitarbeiter. Egal, ihr braucht das. Ihr braucht das immer. Das heißt, wir haben folgendes. Lass mal das Monday bitte stehen. Wir tun in unseren... Ups, ich komme da vor, damit das nicht heilt. Das müsste mir noch fünf Minuten schnell geben. Wir machen folgendes. Wir haben ein System entwickelt, wo wir sagen, wir haben als erstes Meilensteine. Meilensteine sind Dinge, die wirklich ein Meilenstein sind. Der Immokongress im Januar ist ein Meilenstein. Dann kommt hier Immokongress hin. Wir haben aber auch zum Beispiel neue Webseite. Ist auch ein Meilenstein. Oder eine neue IT. Whatever alles passiert, sind Meilensteine. Ebene 1. Dann gibt es die Abteilungen im zweiten Step. Das heißt, wir tragen das in Monday rein, auf Meilenstein. Dann wird dieser Meilenstein in die Abteilungen, weil es kann ja sein, Immokongress ist die Abteilung Marketing. Da ist Sales dabei. Da ist dabei Eventabteilung. Whatever. Das heißt, da wird das reingetragen und wird nach unten transferiert. Und dann tun die Abteilungen, die Mitarbeiter die Aufgaben vergeben. Und umgekehrt wissen wir alles vom System her, wo stehen wir in diesen Meilensteinen. Das kann euch Monday abwickeln. Und das Monday schaut so aus. Das ist jetzt das Board von Business Development. Ihr habt die Ebene der Abteilung hier. Ihr seht genau, welche To-Do's sind zu machen. Welcher Person, mit welchem Datum. Arona tun wir nach Datum, bitte sortieren. So, das heißt, der Mitarbeiter sieht auf seiner Liste, wenn er da oben auf meine Arbeit geht, gehen wir auf deine Arbeit, auf meine Arbeit links oben, was sind der Arona ihre Aufgaben nach Datum sortiert. Jetzt weiß sie einfach vollautomatisch, ich brauche nicht den zwölften Schritt machen, eine Softwarezugangsliste national zu bauen, weil ich habe ja den 18. September die Mailadressen definieren. Und so ist der Mitarbeiter auch immer abgeholt in dem Meilensteinsystem da oben, was sind die nächsten Steps, um das zusammenzuführen im Unternehmen. Für euch, wenn ihr das nicht machen wollt, ihr braucht eine Meilensteinliste. Eine Meilensteinliste heißt, was sind in eurem unternehmerischen Leben die nächsten strategisch wichtigen Schritte. Und ihr als selbstständiger Unternehmer, ihr habt die Aufgabe, euer Leben zu entwickeln. Ein Angestellter kann in die Arbeit gehen und kann sagen, was mache ich. Ein Selbstständiger braucht eine Strategie, was er tun muss. Ihr könnt nicht einfach nur in der Früh in die Arbeit gehen und es wird schon irgendwas passieren, sondern ihr müsst an eurem Unternehmen arbeiten. Und das klappt mal mehr oder mal weniger, auch bei uns. Das heißt, nach diesem System baut euch eine, ihr könnt auch eine To-Do-Liste euch bauen. Und ich mache folgendes, wenn ich im Auto eine Idee habe, schicke ich mir eine eigene E-Mail, dann kommt die E-Mail am Abend bei mir an, dann verteile ich die auf Trello im ersten Step, so habe ich es früher gemacht, heute arbeite ich nur noch mit Monday. Für euch reicht Trello, ist kostenlos. Da könnt ihr euch eigene Boards anlegen, Aufgaben verteilen. Ab dem ersten. Nämlich ab du selber. Kein Mensch hier im Raum, der eine ist vielleicht ein bisschen besser in der Orga oder schlechter, kein Mensch hier im Raum kann alles immer dauerhaft dran denken. Das geht nicht. Also den möchte ich kennenlernen, er das kann. Und dann soll er noch seinen privaten Bereich managen, dann soll er noch irgendwie inspiruell und was alles dazu kommt. Beziehung. Also, das ist Monday nach diesem System. Geh mal bitte ins Trello. Trello ist ganz einfach aufgebaut. Ihr könnt euch Karten selber anlegen, da oben und könnt die Unterpunkte reinschreiben und könnt dann die Leute zuweisen. Ist kostenlos. Ich kann jetzt hier auf dem Handy auf dieses Board, das sind meine Boards, gehe ich da rein und habe dann die gleichen. Wie baue ich so ein Board auf? To-Do in Bearbeitung, Rückfrage, Freigabe erledigt. Ich wiederhole. To-Do. Was ist euer To-Do? Was wollt ihr machen? In Bearbeitung, da schiebt ihr oder der Mitarbeiter das rein, schieb mal eine Karte weiter, dass man diesen Workflow sieht. Dann schiebst du es einfach so rüber. Du nimmst so eine Karte, nimm mal eine Karte in die Hand und irgendeine nur mal kurz. Du nimmst die und jetzt schiebst du die theoretisch da oben auf in Bearbeitung. Das ist immer ein anderes Board. Wieder zurück, dass ja nichts passiert. Tu es wieder dahin, wo es hergehört. Also, ja, To-Do in Bearbeitung, Rückfrage, Freigabe erledigt. Dann wisst ihr immer, wo eure Arbeitsschritte sind und wenn die eine Rückfrage haben, stellen sie es euch auf Rückfrage. Wer kennt es, dass jeden Tag die Mitarbeiter ins Büro reinkommen? So nach dem Motto, hat der Chef nichts zu tun, aber hauptsache, ich beschäftige ihn mal. Ist gar nicht böse gemeint, das ist geschuldet eurem System, weil keine Systeme vorhanden sind. Deswegen kommen die zu euch. Trello. Nächstes machen wir mal Confluence auf. P-T-C-R, Prozess, Training, Kontrolle, Ressource. P ist der Prozess, das ist Confluence. Gehen wir bitte auf Bereiche. Das sind die jeweiligen Bereiche des gesamten Unternehmens. Jetzt gehen wir mal auf Coaching als Beispiel da. Dann geht links für den Mitarbeiter seinen Bereich auf. Der Mitarbeiter sieht nur seinen linken Bereich, hat eine Stellenplatzbeschreibung. Gehen wir mal da drauf, bitte. Jetzt sind da seine alle Stellenplatzbeschreibungen. Gehen wir mal auf Manu. So. Jeder Mitarbeiter hat bei uns eine Stellenplatzbeschreibung, wo genau definiert ist, was macht er? Arbeitszeit, Vorgesetzter, Hauptaufgaben, Nebenaufgaben, Mitarbeiter hat unterschrieben. Das ist der Manu, ist der auch hier im Raum, der steht draußen. Wenn der seinen Job nicht ausführt, sage ich Manu, du hast doch eine Stellenplatzbeschreibung in deinem, da steht doch, du hast doch das unterschrieben. Ja. Warum machst du es denn nicht? Ja, weiß ich auch nicht. Ja? So, ihr müsst einfach Argumentationen bauen. Geh mal da oben in das Suchfeld ein, Arona. Prozesse. Ich suche einen Prozess, ich bin unterwegs, ich weiß nicht, wo der liegt. Geh mal auf Mitarbeiter Recruiting, klick da drauf, der liegt in der HR-Abteilung, der Prozess ist niedergeschrieben, ich kann dann sofort verlinken. Gebt mal oben Toilettenpapier bitte ein. Ja, ihr lacht. Die Frage war schon mal. Geh mal auf Elektrokasten, wie bestelle ich Visitenkarten, alles ist da hin. Das ist der Elektrokasten, mit Telefonnummer kann man anrufen, wenn er auf Toilette nachts der Strom ausfällt. Ja, ihr lacht, aber das sind ja genau die Dinge. Noch eine, Kaffeemaschine. Wenn ihr zu uns ins Unternehmen kommen solltet, haben wir Handys, wir haben NFC-Chips, die können dann die Kaffeemaschine hinhalten, gehen Video, Erklärvideos auf, mach mal bitte den Ton an, David. Die Milch ist leer, kein Cappuccino mehr. Aufgepasst. Die Milch ist leer, kein Cappuccino mehr. Ganz einfach, im Kühlschrank ist ein Karton Milch, der ist wahrscheinlich leer. Bei dieser Gelegenheit können wir auch gleich das Röhrchen noch reinigen. Wir nehmen uns aus dem Kühlschrank eine neue Milch, stecken das Röhrchen wieder auf. das kam alles vor. Ich habe keine Lust mehr, dass mich die Menschen über Milch ansprechen. Also nimm dein Handy, halt das da hin, schaust dir aufs Handy an, Kaffeebohnen, Behälter leeren und all was es ist. Und das macht Business Development. Und das macht Arona, Alina, Daniel. Und somit kriegt ihr euren Betrieb auf Autopilot gestellt. Ja? Jetzt merke ich gerade, es geht hier richtig das Gerede los. Da hinten heißt, oh pff, mache ich nicht, oder? Bei uns macht man kein Kärtchen abarbeiten. Wir haben Leitfäden, ja, die haben wir, aber ich als Chef will eins in meinem Sales erreichen. Aktivität, Terminierung, Akquise, Verkauf. Ich will genau wissen, mit welchem Leitfaden machen die das Ganze. Weil, Verkaufen ist Lösen. Und du zeigst in deinem Verkaufsgespräch folgendes immer auf, Problem, Lösung, Ergebnis. Wenn wir gleich über Marketing sprechen, jede Werbeanzeige im Fernsehen ist so aufgebaut. Kennst du folgendes Problem? Ich habe die Lösung, zukünftig wird es dir das und das bringen. Ja? Ihr müsst systematisieren. Alle Konzerne, alle erfolgreichen Unternehmen über eine Million Umsatz haben das, weil es nicht mehr diese Kurven, und jetzt können wir diskutieren, da bin ich bei euch, sind wir im Kindergarten, bin ich hier der Babysitter, bin ich hier der, ich kann mittlerweile gut schlafen. Früher konnte ich es nicht. Ich kenne deine, ich akzeptiere auch deine Meinung, weil du gar so, also nochmal, um das auch nochmal zu unterstreichen, also bei uns arbeitet keiner Kärtchen ab, weil folgendes passiert ja, Vertrieb ist messbar und Zahlen lügen nicht. Keine BWA, kein Kontostand lügt. So, das heißt, wenn der Kärtchen abarbeitet, fällt das auf, weil spätestens nach dem achten Mal Kärtchen abarbeiten, wird der Vertriebsleiter fragen, ja, arbeitest du nur Kärtchen ab, weil irgendwie hast du keinen Erfolg und nur dich beschäftigen zu lassen, tun wir nicht. Ja? Du kannst einfach komplett dein Blutbild erkennen. Wer war schon mal Arzt? Alle. So, aber du gehst ja auch nicht zum Arzt und sagst, wenn der Arzt sagt, wo tut es weh, ja, sage ich ihnen nicht. Ja, ihr lacht, aber das ist Unternehmertum. Viele akzeptieren das, was sie jeden Tag da machen. Ich möchte das nicht akzeptieren. Ich möchte in der Früh in meine Firma gehen und ich möchte am Monatsende wissen, ich habe jeden Monat 250.000 Euro Fixkosten in meiner Firma, die müssen bezahlt werden. Und da möchte ich nicht am 28.000 mir überlegen, jetzt fehlen noch 200.000. Aber dann könnte ich nicht mehr schlafen. Also, ich will jetzt die Diskussion gar nicht führen, die müsst ihr selber für euch entscheiden. Ich kann euch nur die Lösung zeigen, wie es funktioniert. Und das ist nicht meine Meisterleistung, dieses System, sondern dieses System ist in jedem Unternehmen installiert, was größer 1 Million Euro Umsatz ist. Und ich gebe euch recht, ist es meine Aufgabe, einem Mitarbeiter zu erklären, was er zu tun hat. Aber jetzt sind wir ja bei der Evolutionsgeschichte von 1. Lebensjahr bis zum 18. Da werden wir ja auch ausgebildet und wissen, mit 18 sind wir erfolgreich, dass wir erwachsen sind. Ihr müsst entscheiden, ihr seid Unternehmer, Selbstständige, wie weit treibt ihr euer Warum? Ich kann das nicht mehr einflussen. Gleich die Fragen noch zurückstellen, noch einmal Pipedrive zeigen. Wir sehen im Arbeitsablauf, das ist Pipedrive, wie unsere Statistiken sind. nämlich, wir haben 25.000 neue Mails, Aktivität, nicht erreicht, erste Anfrage gesendet, zweite Anfrage, dritte Anfrage und dann geht es hier weiter bis zum Ergebnis, was haben wir gewonnen? 137 Aufträge. So, und jetzt kann ich wieder rückwärts gehen, Umsatz, wie viele Reihenholtermine, wie viele Terminierungen, wie viel Aktivität. Ich kann mit jedem, Kärtchentreiber jetzt, das Wort gefällt mir, mit jedem Kärtchentreiber in die Diskussion gehen und gewinne sie, weil Zahlen lügen nicht. Ich kann sagen, du arbeitest nur ab, du bist einfach nur hier, um beschäftigt zu sein, anwesend. Du wirst aber nicht für Anwesenheit bezahlt, sondern für Ergebnis. Und das zeigt das Ding hier wieder. Pipedrive, und was noch geil ist am Pipedrive, geht mal bitte auf Aktivitäten, links, nee, links, links, links raus, nee, Aktivitäten, wo die Mitarbeiter die Aktivitäten sehen, weiter, 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 da. Das System sagt jetzt auch noch, wen du morgen anrufen musst, um deinen Follow-up sauber zu betreiben. Rot ist, die müssen angerufen werden, grau ist, die kommen morgen in das Follow-up, grün ist, die sind erfolgreich. Das heißt, das System sagt euch im Vertrieb und euren Mitarbeitern, wer wird jetzt aus vieler Vorlage abgerufen. Wir haben mittlerweile einen Datenpool von 60.000 Menschen. Ich kann nicht garantieren, dass ich 60.000 Menschen erreiche. Das System garantiert mir, dass wir mit all unseren Kunden regelmäßig in Kontakt bleiben. Pipedrive. Und das sind die Antworten auf deine Fragen. So, jetzt habe ich ein bisschen überzogen, um 20 Minuten, sorry dafür, aber wir haben genügend Pupfer hinten raus. Gut, dann bin ich durch, ich sage danke und das ist alles aufgebaut chronologisch jetzt. In meinem zweiten Vortrag geht es dann um Marketing, also das heißt, ihr habt jetzt eine Schablone, ihr wisst, wie man das ein bisschen systematisiert, dann geht es um Marketing, dass ihr das Ganze mehr in die Welt hinaustreibt und mehr Menschen erreicht, wie ihr bisher erreicht und dann um Handel, wie treibe ich Bestandsaufbau, wie mache ich Grundstücksparzellierung, wie kann ich Geld erwirtschaften.